Bundesweit gibt es 127 Fernstudienanbieter und die Wings, das Tochterunternehmen der Hochschule Wismar, ist aktuell der beliebteste. Studierende und Alumni wählten die Bildungsexperten von der Ostsee auf dem Bewertungsportal fernstudiumcheck.de nun auf Platz 1. Mit aktuell 45 Bachelor-, Master- und Diplomstudiengängen sowie Weiterbildung von Business Consulting und IT-Forensik bis Projektmanagement und Wirtschaftspsychologie gehört Wings bereits seit Jahren zu den führenden Anbietern seiner Art und steht als Unternehmen der traditionsreichen Hochschule Wismar auf einem hochaktuellen akademischen Fundament. Im Prinzip haben wir unseren Studierenden zugehört, zugehört, was sie brauchen. Gerade was sie auch brauchen jetzt in dieser schwierigen Zeit mit Corona und der Pandemie und den vielen Einschränkungen. Und wir haben uns halt frühzeitig darauf spezialisiert, online-basiertes Studium anzubieten. Das bedeutet, dass man mit Videovorlesungen und Live-Tutorien hauptsächlich online studieren kann und das von überall. Und das zum Glück auch ohne viele Präsenzen, die im Moment auch nicht möglich sind. Aus den insgesamt 1.358 Bewertungen ergab sich auf fernstuhlmcheck.de ein Durchschnitt von 4,3 aus 5 Sternen bei einer Weiterempfehlungsquote von 97 Prozent. Auch Fokus Business gehörte die Wings zum Top-Anbieter für Weiterbildung 2021. Wer zukünftig ein berufsbegleitendes Online-Studium oder eine Weiterbildung beginnen möchte, findet unter der eingeblendeten Internetadresse weiterführende Informationen.